Hallo, meine Lieben. Wir befinden uns jetzt ganz offiziell in der Spooky-Saison. Oh yes, herzlich willkommen. Und ich meine, wenn ihr ein bisschen Spooky-Vibes wollt, dann könnt ihr natürlich gerne unser Halloween-Special von letztem Jahr ein bisschen schrumpfköpfen. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Volge. Ja, ich liebe die Folge. Ich finde die so cool, also hört da gerne rein. Aber wir machen auch heute eine neue Spooky-Folge, also könnt ihr auch die gerne hören. Denn wir machen heute wirklich mal was Gruseliges. Also man muss auch dazu sagen, dass diese Folge schon sehr lang geplant ist. Also seit wir die Liz Taylor-Folge gemacht haben, wir haben uns also schon sehr lange hierauf gefreut. Und ich hoffe, die Folge oder Folgen machen euch genauso viel Spaß wie uns. Oh ja, hoffentlich. Wir hatten auf jeden Fall einen Heidenspaß, das Ganze zu recherchieren. Also ich werde euch heute etwas über einen sehr bekannten und angeblich verfluchten Diamanten erzählen. Und Magda wird euch nächste Woche dann ebenfalls etwas über einen bekannten und verfluchten Diamanten erzählen. Und weil wir einfach so Lust haben, über verfluchte Schmuckstücke zu reden, wird es dann nächste Woche wahrscheinlich noch ein kleines Special geben mit anderen verfluchten Schmuckstücken. Also wir reden ja jetzt nur über zwei Diamanten und in der Special-Folge wird es dann über ein paar andere sehr interessante Schmuckstücke gehen. Darauf freue ich mich schon so sehr. Also es wird wirklich spannend die nächsten zwei Wochen und auch ein bisschen gruselig. Passend dazu haben wir uns beide heute auch was Gruseliges zu trinken gemacht. Oh yes. Was trinkst du heute, Magda? Ich trinke heute einen Witch's Brew. Ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt, aber alles was ihr dafür braucht ist einen Shot Gin. Und dann gießt ihr das Ganze einfach auf mit gleichen Teilen Blue Curaçao, Grenadine und für die Leute, die es wirklich süß mögen, Sprite. Ich habe vorhin einen, nicht Brain Freeze bekommen, aber so ähnlich, von der ganzen Süße in meinem Getränk. Da hat man gleich noch ein bisschen Tonic Water hinterher gegossen. Also ihr könnt das Sprite auch gerne durch Tonic Water ersetzen. Oh yes. Aber man muss auch dazu sagen, ihr werdet unsere Spooky Cocktails auch nächste Woche auf Instagram sehen. Also wenn diese Folge rauskommt, vielleicht morgen dann, werdet ihr sie dann auch auf Instagram sehen. Oder vielleicht auch schon gestern. Wir wissen es noch nicht. Man sehen. Irgendwann werdet ihr sie sehen. Ich trinke auch einen Gruselcocktail. Der heißt Black Blood. Also schwarzes Blut und er ist auch wirklich komplett schwarz. Also das ist eigentlich nur ein bisschen schwarzer Wodka und Johannisbeersaft. Also schwarzer Johannisbeersaft. Und ein bisschen Zitronensaft. Und der ist so lecker und sieht so cool aus. Also einfach komplett schwarz. Ich bin so begeistert. Aber wie gesagt, mehr dazu auf Instagram. Also macht euch gerne jetzt auch einen Gruseligen Cocktail oder auch ein Testchen Tee. Denn es ist ja sehr kalt. Und lauscht unserer gruseligen Geschichte. Vorwerk möchte ich sagen, dass mein Schmuckstück unglaublich viele Legenden umgibt. Also ich habe keine Ahnung, was stimmt und was nicht. Deshalb habe ich auch vieles weggelassen. Weil wenn ihr dieses Schmuckstück mal selbst irgendwie recherchiert, ihr werdet super viele Sachen finden, die ich nicht hier reingepackt habe. Weil der Wahrheitsgehalt mir wirklich sehr fragwürdig vorkommt. Es könnte theoretisch alles wahr sein. Es könnte aber auch alles erfunden sein. Wir wissen es nicht. Aber ich denke, die Legende lebt ja auch immer ein bisschen vom Ungewissen. Weißt du, was ich meine? Also, aber ich meine es echt ernst. Also wenn man ein Trinkspiel daraus machen würde, wie oft ich in dieser Folge sage, angeblich vor allem ein Trinkspiel mit unseren Gruselcocktails. Also man hätte auf jeden Fall Spaß. Jedes Mal ein Schluck von eurem Black Blood oder einen Shot Wodka. Ja, also macht euch vielleicht doch einen Gruselcocktail. Heute habt ihr auf jeden Fall viel Freude drunter. Also, let's go. Ich erzähle euch heute etwas über den Koinur Diamanten. Dieser Diamant ist einer der größten überhaupt. Also er hat ganze 105,6 Karat. Der Koinur ist der Diamant, dessen Verbleib sich von allen noch existierenden Diamanten am längsten nachverfolgen lässt. Angeblich zumindest. Denn wie lange der Koinur Diamant schon existiert, weiß eigentlich niemand so genau. Man sagt, dass schon die Hindu-Götter sich um ihn gestritten haben sollen. Und auch in einer Sanskrit-Geschichte, die ungefähr 5000 Jahre alt ist, wird ebenfalls ein großer Juwel erwähnt, von dem man eben sagt, das wäre der Koinur Diamant. Aber so genau weiß das eigentlich niemand. Also wirklich, wie lange er schon da ist, niemand weiß es. Man nimmt an, dass er in der Kolomine im indischen Antra Paresh gefunden wurde. Und es gibt wirklich alle möglichen Geschichten darüber, wem der Stein wann, wie, wo gehört haben soll. Also, aber wie gesagt, ich glaube, da sind mehr Legenden als wahre Geschichten dabei. Wirklich, tatsächlich und ganz sicher erwähnt, wird der Stein erstmals 1635. Denn ab 1635 schmückte er das Pfauenauge im Pfauenthron in Delhi. Und dieser Pfauenthron war wirklich unfassbar faszinierend. Also, das war ein riesiger, prunkvoller Thron, der mit Blattgold und über 20.000 Edelsteinen verziert war. Und eben auch dem großen Koinur Diamanten. Und dieser Thron soll angeblich viermal so viel gekostet haben, wie das Taj Mahal. Das in der Zeit auch aber. Aha, ist das nicht krass? Heute gilt der Thron übrigens als verschollen. Was ich echt sehr schade finde, den hätte ich wirklich gerne mal gesehen. Aber naja, es ist auf jeden Fall überliefert, wie wertvoll er war. Und dass eben in dem Pfau sich auch der Koinur befand. 1739 griffen dann die Perser unter der Führung von Nadia Shah Delhi an. Und Delhi, das wirklich kann man sich kaum vorstellen, war damals eine unfassbar große und wohlhabende Stadt. Also, die war größer als Paris und London zusammen und wirklich wahnsinnig wohlhabend. Und all die Reichtümer wurden dann aus Delhi heraus geschafft, ins heutige Iran. Und man sagt, dass das wirklich sehr viele Reichtümer waren. Also, um all diese Sachen aus der Stadt herauszubringen, brauchte man angeblich 700 Elefanten, 4.000 Kamele und 12.000 Pferde. Oha. Also, das ist mal eine Menge. Würde ich sagen. Und unter diesen Reichtümern befand sich eben auch der Pfauenthron mit dem Koinur-Diamant. Und man sagt, dass als Nadia Shah den Diamanten entdeckte, ausgerufen haben soll, Koinur. Und das ist persisch für Berg des Lichts. Und so bekam eben der Diamant seine Namen. Und einer seiner Begleiter soll angeblich gesagt haben, Zitat, wenn ein starker Mann vier Steine werfen würde, einen nach Norden, einen nach Süden, einen nach Westen und einen fünften hoch in die Luft. Und der Raum zwischen ihnen würde mit Gold gefüllt werden. Das alles würde nicht dem Wert des Koinur gleich kommen. Also wirklich ein wahnsinnig wertvolles Stück, dieser Koinur-Diamant. Aber ich glaube, der gute Mann hätte mal lieber die Finger von diesem Stein gelassen. Denn man sagt, dass auf ihm ein Fluch liegen soll, der nun eben auch seinen Lauf nahm. Denn es gibt einen ganz, also angeblich gibt es diesen Text. Ich sage ja wahrscheinlich, seid ihr jetzt schon ein bisschen beduselt. Und wir haben erst ein paar Minuten geredet. So oft habe ich schon angeblich gesagt. Denn es gibt angeblich einen hinduistischen Text, der sehr alt ist, über diesen Stein. Und in diesem soll geschrieben worden sein, Zitat, Derjenige, der diesen Diamanten besitzt, wird die ganze Welt besitzen. Aber ihn wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Nur Gott oder eine Frau kann den Diamanten ungestraft tragen. Das finde ich ein ziemlich interessantes Statement. Ich denke, darauf werden wir am Ende der Folge nochmal zu sprechen kommen. Also auch den Teil mit der Frau. Aber naja, angeblich ist eben dieser Stein, wie gesagt, verflucht. Das sieht man jetzt. Denn wenige Jahre, nachdem Nadir Shah den Diamanten gestohlen hatte, fiel er einem Mordkomplott zum Opfer. Der Stein kam dann letztendlich in die Hände von Ahmad Shah Dorani, der als der Gründer des heutigen Afghanistan gilt. Ca. 10 Jahre später wurde Ahmad Shah Dorani krank. Ihm wuchs nämlich ein Tumor im Gesicht. Sehr unangenehm. Und ein paar Jahre später starb auch er. Und ich muss auch dazu sagen, das sind immer nur die Kurzfassungen. Also all die Leute, die ich jetzt erwähnt werde und schon erwähnt habe, das sind echt immer nur die Kurzfassungen. Dazwischen sind dann immer so ganz verwirrende Storys darüber, wer diesen Stein in den Händen hatte. Und angeblich sorgte der Stein eben überall dort, wo er war, für Ärger. Also Krankheiten, Mordanschläge haben wir jetzt schon gesehen. Einem von denen wurde sogar das Auge ausgestochen von seinem eigenen Vater oder ich glaube im Auftrag des eigenen Vaters. 1809 schloss sich dann einer der Enkelsöhne von Ahmad Shah Dorani, namens Shuja Shah Dorani, mit den Prieten zusammen, um Afghanistan vor einer möglichen Invasion der Russen zu schützen. Das hat nicht ganz so geklappt, muss man sagen. Und deshalb floh dann Shuja Shah Dorani nach Lahore, also nach Indien, mit dem Diamanten natürlich. Und der dortige Herrscher, Ranjit Singh, wollte dann als Gegenleistung für seine Gastfreundlichkeit den Diamanten haben. Und circa 1813 soll er den Stein dann auch tatsächlich bekommen haben, wie ist nicht ganz klar. Also es gibt Quellen, die sagen, dass er erst mal Shujas Sohn vor seinen Augen foltern ließ und erst dann habe er ihm dann verraten, wo der Stein war. Also auch wieder ein sehr unschönes Kapitel in der Geschichte dieses Steins. Ranjit hatte dann aber Angst, veralbert zu werden und ließ den Stein erst mal auf seine Echtheit prüfen. Und man bestätigte ihm auch die Echtheit, konnte aber seinen Wert nicht benennen, weil man einfach gesagt hat, der ist so jenseits jeglicher Berechnungsskala. Also man wüsste gar nicht, wie man seinen Wert irgendwie ermessen soll. Und das zeigt uns ja auch wieder, wie kostbar einfach dieser Stein war. Ranjit liebte den Stein sehr und trug ihn wirklich auch sehr, sehr oft. Und obwohl Ranjit den Stein so gerne trug, war er auch sehr paranoid. Also er hatte wirklich große Angst, dass er ihm gestohlen werden würde, weil zuvor waren ihm auch schon einige Steine gestohlen worden. Und deshalb wurde der Stein, immer wenn er nicht in Benutzung war, sehr, 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 sehr gut bewacht. Und wenn er transportiert werden sollte, dann wurde ein Riesending daraus gemacht. Also das stelle ich mir auch total crazy vor. Denn dann wurde er immer in eine Tasche gepackt. Und diese Tasche wurde an einem Kamel befestigt. Und hinter dem, also dann wurden noch 39 andere Kamele mit identischen Taschen bepackt, so dass halt niemand wissen konnte, welches Kamel hatte. Ich wollte gerade sagen, weil eine Tasche an einem Kamel zu befestigen, hört sich stark nach Satteltasche an. Das ist nicht so speziell zu der Zeit. Nee, aber angeblich, also vor den Kamelen liefen ja dann immer Wachen her. Und angeblich war der Stein immer im ersten Kamel. Aber das wusste halt keiner. Außer halt wirklich die Eingeweihten. 1839 starb Bransitzing dann nach mehreren Schlaganfällen. Also auch hier wieder, an mehreren Schlaganfällen war das der Fluch, frage ich euch. 100 pro. Mehrere Schlaganfälle, hört sich praktisch an wie Flucht des Steins. Auf Indisch, bestimmt. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich glaube gar nicht, dass der Kui nur tatsächlich verflucht ist. Und ich halte viele der Storys auch für ein bisschen aufgebauscht. Also jetzt zum Beispiel auch hier, finde ich, sieht man das sehr gut. Weil ich in vielen Quellen gelesen habe, siehst du, siehst du. Weißt du, er hat den Stein geklaut auf unehrenhafte Weise und jetzt stirbt er an mehreren Schlaganfällen. Aber ich finde das gar nicht so mysteriös. Ich meine, er hat ja nicht den Stein gefunden und ist sofort umgefallen. Sondern er hat den Stein über 20 Jahre. Das ist schon ganz schön lang. Und diese Schlaganfälle hatte er mit 59 ungefähr. Und ich meine, 59 ist heute kein Alter mehr, aber damals schon. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht so. Aber das ist ja oft so, wenn man über verfluchte Schmuckstücke redet. Und also das werden wir auch in meiner Folge noch sehen, weil da ist es ganz, ganz ähnlich, dass dem Stein so verfluchte Kräfte nachgesagt werden. Und dass er verhext ist, verflucht ist und nur Unglück mit sich bringt. Und genauso viele Leute, wie verfrüht gestorben sind, haben auch bis ins hohe Alter gelebt, die den Stein besessen oder getragen haben. Also, naja. Ja, eben. Ich meine, ich komme mal jetzt auch schon vorhin. Dieser Nadir Shah, der den Pfauenthron gestohlen hat, der ist auch nicht sofort umgebracht worden am nächsten Tag. Sondern da lagen ja auch noch Jahre dazwischen. Und auch der Ahmad Shah Durrani, also der Gründer von Afghanistan, der dann Krebs bekommen hat, der hat auch erst zehn Jahre später Krebs bekommen. Aber was weiß ich schon, vielleicht ist der Stein verflucht. Ich will mich nicht mit dem Stein anlegen. Ja, also ein riesengroßer Tumor im Gesicht hat sich schon stark nach einem Fluch ran. Müssen wir schon sagen. Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich sage lieber nichts. Am Ende hört der Stein noch zu. Ja, das war bei meiner Recherche auch so ein Thema irgendwie. Ich habe irgendwie so recherchiert. Und dann lag ich abends im Bett und ich so, scheiße, der Fluch hat mich erwischt, der Fluch hat mich erwischt. Weil das ist ja Common Knowledge, falls ihr das nicht wusstet. Sobald man sich in die Gegenwart eines Geistes zum Beispiel begibt oder mit einem Fluch beschäftigt, kann es sehr gut sein, dass der Geist einem nach Hause folgt oder der Fluch einen auch trifft. Obwohl man dieses verfluchte Schmuckstück oder Kleidungsstück oder wie auch immer gar nicht besessen oder einen überhaupt in den Händen gehalten hat oder auf dem gleichen Kontinent war wie dieses Schmuckstück. Also das ist erwiesene Tatsache. Also vorsichtig, wenn ihr über verfluchte Diamanten recherchiert oder auch bei dieser Folge. Wer weiß, vielleicht trifft euch auch jetzt der Fluch. Ich liebe das immer, wenn Magda so sagt, das ist so. Ja, es ist Common Knowledge. Das ist Allgemeinbildung. Entschuldigung. So geil. Im Handbuch der Geister und Flüche steht das. Was soll ich machen? Ich mache die Regeln. Ja, ich habe es nicht gemacht. Entschuldigung. Don't hate the player, hate the game. Aber wir sind ja gar nicht armergläubig. Also weiter am Ende. Einfach. Also Ranjijing ist dem Fluch auf jeden Fall zum Opfer gefallen. Mit 29 Jahren am Schlaganfall zu sterben ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ja, das ist schon heftig. Ja, vor allem im Jahr 1839 mit der besten medizinischen Versorgung. Pff, das muss ein Fluch gewesen sein. Ich sage es euch, Leute. Der Thron und auch der Diamant gingen nun an seinen ältesten Sohn, der aber fast sofort aus dem Amt geputscht wurde und kurz darauf im Gefängnis starb. Ja, der Fluch. Absolut. Also das sehen wir uns mal wieder. Und auch dessen Sohn starb kurz darauf. Echt? Okay. Fluch. What the fuck? Also scheint der Stein auch ihm kein Glück gebracht zu haben. Auch nicht dem nächsten Besitzer, denn 1841 kam er in die Hände des neuen Herrschers Shersing und nur zwei Jahre später wurde auch dieser Amort. Wow. Und also der fünfjährige Dulip Singh wurde nun Herrscher und der Kuhinur Diamant wurde an seinem Arm festgebunden, damit er auch ja nicht verschwindet. Und damit der Fluch ihn auch ja trifft mit fünf Jahren. Oh mein Gott, wie graus. Nur um sicher zu gehen. Also du bist jetzt zwar Herrscher, aber du bist jetzt auch verflucht. Tut mir leid. Oh Mann. Das ist aber echt so. Geil. Wie so ein Kind, wo man den Heißluftballon, nee wie heißt das, den Heliumluftballon am Angeneck festbinden muss. Genau. Wenn man da fluchst, nicht wegfliegt. 1849 nahmen dann die Briten Indien ein und nahmen auch den Stein an sich. Und du lebt gleich mit sich. Weil er war ja dran festgekisset. Den Stein bekommt man nur, wenn man du nicht mit ihm. Gehst du noch. Doppelpack. Sorry. Zwei für eins. Also wie gesagt, wie sie an den Stein gekommen sind, ist nicht ganz geklärt. Man sagt, dass sie die Mutter des dann gerade mal Zehnjährigen festgenommen haben und ihn eben so dazu gebracht haben, den Stein herzugeben. Weil ich glaube, der war dann halt versteckt und nur er wusste, wo er ist. Und ja, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ein zehnjähriges Kind seiner Mama wegzunehmen. Und also furchtbar, einfach nur furchtbar, Kolonialismus oder Fluch. Ja, könnte beides sein, ne? Auf jeden Fall hatte dann die East India Company den Stein und brachte ihn zurück nach England. Zurück nach England, sag ich schon. Brachte ihn nach England. Auf dem Schiff, das den Stein nach England bringen sollte, brach selbstverständlich Kohlerer aus. Also wie könnte es bei einem verfluchten Stein anders sein? Geht ja gar nicht anders. Und damit nicht genug, als das Schiff in Mauritius ankerte, wurden sie sogar beschossen. Weil die Bevölkerung natürlich keine Lust hatte auf eine Cholera-Alpedie. Ja, und auf dem verfluchten Stein vielleicht. Die waren so, nehmt ihr den Fluch gleich wieder mit, bitte. Verpasst euch. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht wussten die das und dachten sich, äh, nicht hier. Nicht mit uns, Baby. Wer weiß. Dann sagst du gleich wieder mit. Hätte ich ehrlich gesagt auch gesagt, weil ich würde, dass der auf dem Schiff ist aufgegeben. Nach einer sehr rauen Fahrt kam der Stein dann aber doch noch in England an. Und am 3. Juli 1850 wurde der Stein der britischen Königin Victoria übergeben. Und zwar passend zum 250. Gründungsjubiläum der britischen Ostindien-Kampagne. Also das war genau deren Gründungstag. Übrigens, einen Tag zuvor starb der hohe Politiker und ehemalige Premierminister Robert Peel, nachdem er vom Pferd gefallen war. Zufall. Eine Folge des Fluchs, frage ich euch. Obwohl auch da wieder in ganz vielen Quellen stand, er wäre vom Pferd gefallen und das Pferd wäre auf ihn gefallen. Also dass es so ein richtig verrückter Unfall war. Und dann habe ich das recherchiert und habe festgestellt, nee, er ist wirklich einfach nur vom Pferd gefallen. Also das Pferd ist nicht auf ihn gefallen. Und das ärgert mich halt, weil ich habe echt das Gefühl, dass ganz viele Quellen einfach diese Sachen immer noch so ein bisschen erhöhen wollen und ein bisschen verschlimmern wollen, damit es halt noch merkwürdiger klingt. Also der erste, der erste unfreiwillige, also nicht unfreiwillig, aber der erste unrechtmäßige Besitzer von meinem Stein, über den gibt es auch sehr, sehr witzige oder sehr, sehr grausame Geschichten, die auch in keinster Weise wahr sind. Aber so viel soll ich schon mal verraten. Tja, die Fantasie halt. Oder der Fluch. Oder der Fluch, wir wissen es nicht. Wie gesagt, wir wissen es nicht, wir wollen lieber nichts mehr sagen. 1851 wurde der Stein dann bei der Weltausstellung in London der Bevölkerung präsentiert. Und man machte auch kräftig Werbung dafür, aber die Menschen waren gar nicht so begeistert, wie man erwarten würde. Zunächst wurde er auf einem roten Kissen in einem vergoldenen Vogelkäfig präsentiert, aber der Funkel sprang nicht über. Also der Stein war ungewohnt fahl und funkelfrei, sag ich mal. Die Zeitung, die Times, schrieb am 13. Juni 1851 darüber, Zitat, nach all der Arbeit, die in diesen gefeierten Stein gesteckt wurde, werden unsere Leser überrascht sein zu hören, dass viele Menschen aufgrund seiner äußeren Erscheinung Probleme damit haben, zu glauben, dass er mehr sei als ein gewöhnliches Stück Glas. Hm, okay. Ganz schön krasse Aussage über einen der größten Diamanten der Welt, aber okay. Aber die Viktorianer waren alle so, ein Stein. Meine Mutter hat eine größere Vanirakette, okay? Hey, chill mal. Wahrscheinlich. Aber man versuchte, das Ganze zu retten. Also man bettete ihn dann auf schwarzem Samt und leuchtete ihn mit Öllampen an und mit Spiegeln, in der Hoffnung, er würde ein bisschen besser rüberkommen. Aber wie die Times am 16. Juni schrieb, war das Ergebnis immer noch unbefriedigt. In Asien war nämlich eigentlich eher die Größe des Steins wichtig und der Stein war einfach sehr, sehr groß. Aber in Europa wollte man eben, dass der Stein strahlte. Das war das Wichtige. Und deshalb war der Anblick für die Leute halt so, ja, okay. Fast schon beleidigend. Was zeigt man aus diesem elenden Stein? Ja, ist so. Nach der Weltausstallung am 13. Oktober schrieb die Times sogar leicht theatralisch, dass der Koinur, Zitat, mehr Enttäuschung ausgelöst habe, als alles andere in seiner Größe, seit die Welt geschaffen wurde. Man kann es ein bisschen übertreiben, aber okay. Was soll's. Das konnte das Königshaus natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Prinz Albert ließ den Stein also schleifen, um den Wow-Faktor ein bisschen zu erhöhen. Am 17. Juli 1852 wurde also mit der Schleiferei begonnen, in den Räumen des Juweliers Gerard. Den kennen wir ja schon aus der Diana-Folge. Und auch aus dem Queen-Special, denn das war ja sehr, sehr lange der britische Hofjubelier. Und nun wurde eben in seiner Werkstatt dieser riesige Diamant bearbeitet. Und für die komplizierte Aufgabe wurde der Niederländer Moses Costa engagiert. Costa hatte damals in Amsterdam eine Diamantenpoliererei gegründet. Und diese Firma, Royal Costa Diamonds, existiert übrigens auch heute noch und ist damit die älteste noch betriebene Diamantenpoliererei der Welt. Cool, oder? Immer wenn ich Costa höre, muss ich an Türkisch für Anfänger denken. Ja, an Costa. Aber man schreibt den Costa anders aus. Also, dieser Moses Costa wurde dann beauftragt und schickte seinen besten und erfahrensten Mitarbeiter und dessen Assistenten nach London. Die Aufsicht über das ganze Vorhaben hatten drei Männer. James Tennant, der Mineraloge der Königin, der Duke of Wellington und Prinz Albert, also der Ehemann von Königin Victoria. 38 Tage lang wurde geschliffen, was das Zeug hält. Und als der Stein fertig war, hatte er einiges an Gewicht verloren, kann man so sagen. Denn ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass der Koinur-Diamant wirklich riesig ist, aber früher war er noch riesiger. Also vor dem Schliff hatte er ganze 191 Karat und wog 38,2 Gramm. Und hinterher nur noch, also in Anführungszeichen nur noch, 105,6 Karat und 21,12 Gramm. Ach, was ein Winzen. Also, der hat echt ganz schön verloren. Und dieser immense Verlust lag vor allem daran, weil der Diamantenpolierer einen sehr großen Makel am Stein feststellte, den er eben weggeschnitten hat. Und ich habe viele Quellen gelesen, die sagen, ja, das war richtig schlechte Arbeit, also dass er einfach Quatsch gemacht hat. Andere Quellen sagen aber, nee, er hat es absolut richtig gemacht und richtig auch beurteilt. Ich bin absoluter Nichtswisser. Ich habe keine Ahnung. Beides könnte sein. Aber es hilft ja auch alles nichts. Der Stein wurde auf jeden Fall wesentlich kleiner geschliffen. Und Queen Victoria soll hinterher Dulip Singh, also dem, der Stein ja als Kind weggenommen wurde, den Stein gezeigt haben und dieser soll dann beim Anblick minutenlang kein Wort mehr rausgebracht haben. Das glaube ich sehr gerne. Ja, das glaube ich auch sofort. Übrigens, der Duke of Wellington starb ganz kurz nach Ende der Schleiferei, also am 14. September. Fluch, frage ich. Ja, absolute Rache, natürlich. Was bilden die sich ein, eine Stein einfach kleiner zu machen? Ich habe einen ziemlich guten Artikel gelesen, eigentlich auch von einer ziemlich guten Quelle. Und da stand, dass der Duke of Wellington während den Arbeiten gestorben sei. Okay. Und da das eine gute Quelle war, der ich eigentlich auch vertraue, dachte ich, okay. Dann habe ich aber nochmal nachgeschaut und habe gesehen, der Duke of Wellington ist am 14. Dezember, 14. September gestorben. Die Arbeiten fingen an am 17. Juli und gingen 38 Tage. Also korrigiert mich gerne, aber zwischen dem 17. Juli und dem 14. September sind doch mehr als 38 Tage, oder nicht? Ja, da kommt ja noch ein kompletter Monat dazwischen. Ja, ja, da sind locker 38 Tage dazwischen. Ja, oder? Also, habe ich mich nicht berechnet. Und das meine ich, und das war eigentlich eine Quelle, der ich wirklich vertraue, da war ich echt ein bisschen überrascht. Gut, dass man immer alles nochmal nachprüft. Aber trotzdem ist er dann ja kurz nach dem Enden, nach der Beendigung des Schleifens gestorben. Also schon ein großer Zufall. Und ich meine, Prinz Albert starb ja auch nur neun Jahre später, viel zu früh. Also, die East India Company, die ja den Stein aus Indien mitgenommen hatte und die ja wirklich lang existiert hat, verlor übrigens 1858, also ein paar Jahre, nachdem sie den Stein mitgenommen haben, nach Aufständen die Verwaltung über Indien und wurde 1874 sogar komplett aufgelöst. Und das nach über 250 Jahren. Zufall oder Fluch? Fluch. Dun, dun, dun. Und ich meine, es ist ja schon interessant, dass in der East India Company waren ja vermutlich hauptsächlich Männer, nehme ich mal an. Und der Duke of Wellington war ein Mann, Prinz Albert war ein Mann, der Premierminister, der von seinem Pferd gefallen ist, war ein Mann. Ist es nicht interessant, dass das alles Männer sind, die vom Fluch betroffen sind? Mhm. Und dass der alte Hindu-Text besagt, nur Gott oder eine Frau kann den Stein tragen? Mhm. Zufall oder Fluch? Ich kann mich grad vor wie bei X. Ja. Wahrheit. Der Stein wurde dann in Schmuck eingearbeitet und gehörte nun Queen Victoria persönlich. Also sie trug ihn öfter als Brosche, hatte ihm gegenüber aber auch gemischte Gefühle. Also sie trug ihn irgendwie schon häufig, aber äußerte sich eben auch gegenüber ihrer Tochter zum Beispiel auch kritisch darüber, weil ihr eben auch klar war, weißt du, wie der Stein beschafft wurde und hatte deshalb wirklich zwiespältige Gefühle ihm gegenüber. Nachdem Victoria starb, wurde ihr Sohn König, Edward der Siegte und seine Frau Alexandra wurde Königin, die gute Alex, die kennen wir ja schon aus der Folge mit der tödlichen Mode. Und ihr zu Ehren wurde für ihre Krönung zur Königsgemahlin 1902 eine neue Krone entworfen. Auf der Vorderseite war Mittig ein Kreuz angebracht und in ihm der Koenur Diamant. Und von nun an ist der Diamant auch fester Teil der Kronjuwelen. Also zuvor war er eben privates Schmuckstück von Queen Victoria, aber ab nun ist er eben Teil der Kronjuwelen. Und das war auch gar nicht so selbstverständlich, dass die Alexen eine neue Krone bekommen hat, weil vorher sehr, sehr, sehr lange haben die Königsgemahlin eigentlich immer dieselbe Krone bekommen. Und das war dann eher so eine Neuheit, dass dann plötzlich Königsgemahlin eine neue Krone bekommen haben. Aber ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, weil Queen Victoria ja sehr lange herrscht hat und das war die erste Krönung seit sehr langer Zeit. Und da hat man dann halt schon ein bisschen... Wir sind auf den Butz gehauen. Ja, genau. 1911 wurde dann Maria von Teck zur Königsgemahlin gekrönt und für sie wurde ebenfalls eine neue Krone angefertigt, die der vorherigen auch sehr, sehr ähnlich sah. Also ihr werdet all die Bilder auf Instagram sehen. Und auch diese Krone hatte vorne ein Kreuz, in dem der Koenur Diamant eingesetzt wurde. Und Queen Mary hat eigentlich gehofft, dass ihre Krone von nun an den zukünftigen, also dass ihre Krone von den zukünftigen Königsgemahlinnen auch genutzt wird. Aber dem war nicht so. Also 1937 wurde dann ja Queen Mum gekrönt und sie hat ebenfalls eine eigene Krone bekommen. Und das war übrigens die erste britische Krone, die aus Platin gefertigt wurde. Jemals. Spannend, oder? Oh ja. Und auch in dieser Krone befand sich vorne in einem Kreuz der Koenur Diamant. Zum letzten Mal wurde dann die Krone der Öffentlichkeit präsentiert bei Queen Mums Beerdigung 2002. Denn da wurde die Krone auf ihren Sarg gelegt. Also so wie wir es ja vor kurzem auch bei Queen Elisabeths Tod gesehen haben, also bei ihrer Beerdigung. Da wurde ja die Krone auch auf ihren Sarg gelegt. Aber das ist nicht dieselbe Krone. Also nur damit wir uns richtig verstehen. Die Kronen sehen sich alle sehr ähnlich, aber das sind unterschiedliche Kronen. Und seitdem, seit der Beerdigung von Queen Mum, kann man die Krone mitsamt Diamant als Teil der Kronjuwelen im Tower of London bestaunen. Vielleicht werden wir die Krone aber auch bald wieder im Einsatz sehen können, eventuell. Denn man munkelt, dass Camilla bei ihrer Krönung zur Königsgemahlin diese Krone tragen wird. Wir sind gespannt. Es wäre natürlich interessant, aber ich glaube nicht so wirklich, dass das passieren wird. Denn es gibt rund um den Diamanten, um den Kuinur sehr viel Kontroversen. Also für viele Menschen ist der Kuinur ein ganz sichtbarer Symbol des Kolonialismus und der Unterdrückung. Und in Indien fordert man den Stein auch schon sehr, sehr lange zurück. Also schon gleich nach der Unabhängigkeit 47 hat man den Stein das erste Mal zurückgefordert. Und hat auch gesagt, es gibt keine richtige Unabhängigkeit Indiens, wenn sie den Stein auch nicht wieder haben. Ohne Erfolg bisher. Aber sie haben es weiter versucht. Also zum Beispiel auch im Jahr 2000. Und damals hat die britische Regierung das Ersuchen erneut abgelehnt. Auch mit der Begründung, dass gar nicht klar sein kann, wem der Stein wirklich gehört. Weil so viele Länder Anspruch darauf stellen. Denn nicht nur Indien will den Stein haben. Das will auch Pakistan. Und auch die Taliban in Afghanistan haben Anspruch darauf gestellt. Geben wir es doch den Taliban. Vielleicht kann der Fluch dort irgendwas Gutes bewirken. Ja, ich meine, es sind ja auch noch Männer. Aber, naja, ich meine, jeder hat ja irgendwie auch seine Begründung, warum ihm der Stein wahrscheinlich gehört. Ich glaube aber nicht, dass die Briten den Stein irgendwem geben werden. Denn zum Beispiel hat der frühere Premierminister David Cameron auch mal vor ein paar Jahren gesagt, dass sie den Stein nicht hergeben werden. Weil, weißt du, wenn du einmal anfängst, Stücke zurückzugeben, und dann öffnest du damit einfach so eine Tür und dann ist das britische Museum bald leer. Und ich finde, da hat er den Punkt, da hat er wirklich genau den Punkt auf den Kopf getroffen. Oder wie auch immer man das sagt. Denn im britischen Museum stehen ja einfach unfassbar viele gestohlene Stücke. Weil man muss sagen, wie es ist, der Kuhinur Diamant ist gestohlen, Punkt aus Ende. Und man sagt ja auch, dass der einzige Grund, warum die Pyramiden noch in Ägypten stehen, eben der ist, weil sie zu schwer zum Transportieren sind. Sonst würden sie im britischen Museum stehen. Ganz klar. Und das glaube ich auch. Und ich meine, irgendwann muss man diese Diskussion ja auch führen. Also da führt ja kein Weg dran vorbei. Und ich weiß nicht, was Camilla tragen wird. Rein theoretisch würde es ja schon Sinn machen, Queen Moms Krone zu tragen, weil sie ist ja die erste Königsgemalin seitdem, die eben wieder zur Königsgemalin gekrönt wird. Und sie kann sich ja auch schlecht wie in früheren Zeiten eine eigene Krone anfertigen lassen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie sie tragen wird. Weil, weißt du, das Königshaus ist ja auch nicht komplett weltfremd. Ich glaube zwar, wie gesagt, nicht, dass Großbritannien den Diamant zurückgibt. Aber ich glaube auch nicht, dass bei der Krönung ein Schmuckstück zu sehen sein wird, der so viel Unmut hervorruft. Weil ich finde, das ist nochmal eine Sache, dass dieser Diamant im Museum steht. Aber eine andere, wenn er tatsächlich benutzt und getragen wird, weißt du? Vielleicht ist das jetzt auch nur meinerseits Haarspalterei, weil beides ist an sich... Beides ist halt falsch. Also, man muss es einfach sagen, wie es ist. Ja, natürlich. Aber, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Beides ist nicht okay. Für mich ist es schon anders. Und ich glaube irgendwie nicht, dass das Königshaus so provozieren möchte. Nee. Glaube ich persönlich nicht. Deshalb glaube ich nicht, dass wir den Queen nur Diamant bei der Krönung nächstes Jahr sehen werden. Aber wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Aber ist es nicht interessant, dass die ganzen Männer, die den Stein in der Geschichte hatten, weißt du, dass die alle irgendwie Unglück hatten? Schon. Sehr suspicious auf jeden Fall. Und dass dann irgendwann nur noch die Frauen den Diamant getragen haben? Wahrscheinlich waren die Männer so, hier Schatz, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Ding, nimmst du es bitte? Obwohl ich halt sagen muss, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, über so verfluchte Schmuckstücke. Und ich kann gar nicht richtig sagen, ob ich daran glaube oder nicht glaube. Ich glaube irgendwie schon, dass Gegenstände Energie haben können, speichern können oder ich weiß... Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, woran ich glaube. Ich könnte es jetzt gar nicht mehr weiterfassen. Aber ich persönlich will ja auch keine Vintage-Schmuckstücke, weil da hätte ich wirklich immer das Gefühl, wer weiß, ob jemand glücklich war, als er das Schmuckstück hatte, weißt du, oder ob er vielleicht unglücklich war. Und das möchte ich irgendwie. Ja, und ich meine, ich erinnere mal an die Folge über Elisabeth Taylors Schmuckstücke. Da habe ich ja auch eine Geschichte erzählt aus meinem Leben, wie es mir mal ging mit einem gebrauchten Vintage-Schmuckstück. Also, dass ich noch hier sitze und nicht in Teilen zerstreut in Berliner Uberschichten, ist ein Wunder. Ja, ich meine, du kannst es ja gerne nochmal erzählen. Passt ja zu Ausburg. Ja, die Geschichte lautet folgendermaßen, liebe Kinder. Ich habe mich einmal eines Samstags nachmittags auf den Berliner Mauerpark begeben. Und das ist ein Flohmarkt, Open-Air-Flohmarkt in Berlin. Und dort gibt es natürlich unter anderem auch Vintage-Schmuckstücke zu kaufen. Und da habe ich ein Armband gefunden und ich war so, oh, das sieht sehr schön aus. Ich bin ja aber sonst ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen, aber das war so schön. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht widerstehen. Es war auch nicht so teuer und ich war so, yes, let's go. Und an diesem gleichen Tag wollte ich nach Hause fahren, stehe in der Berliner U-Bahn, habe mir dieses Armband natürlich angezogen, weil ich es nicht verlieren wollte. Und ich habe das manchmal, dass ich so, das wird nicht schwarz vor Augen, mit aber, dass ich so Gleichgewichtsstörungen habe, dass ich einfach, ich stehe irgendwo und dann kippe ich so zur Seite und kann mich dann noch eigentlich gleich wieder auffangen. Also ein Schritt und dann ist die ganze Sache ja erledigt. Und an diesem Tag stand ich an der Berliner U-Bahn, wirklich auch weit genug weg. Also nicht in dieser Zone, wo man nicht stehen soll, wenn der Zug einfährt oder so, weil man vom Luftzug ergriffen werden könnte oder so. Und ich bin auch nicht von einer Körperstatur, dass ich leicht von Luftzug ergriffen werde, wenn wir ehrlich sind. Und dann bin ich, als die Berliner U-Bahn eingefahren ist in diesen Tunnel oder in diese Station, habe ich so ein Gleichgewichtsstörungen bekommen und bin so blöd gestolpert, dass ich fast vor die U-Bahn gefallen wäre. Das ist mir noch nie passiert, davor nicht und danach nicht. Schon krass, oder? Ja, ich weiß. Gänsehaut. Ich habe das Armband auch gleich weggegeben. Also ich habe das, ich glaube, ich habe es sogar noch in der U-Bahn-Station liegen lassen. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe es sofort vom Handgelenk genommen auf jeden Fall. Ich glaube sogar liegen gelassen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr. Also wie gesagt, ich weiß nicht so genau, ob ich sowas glaube oder nicht glaube. Ich wäre vorsichtig, einfach weil ich generell ein Engstel bin. Aber beim Kui nur Diamant sehe ich persönlich den Fluch sowieso nicht so wirklich. Also bevor ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich das so oft schon gehört. Oh, der Stein ist so verflucht. Das ist einer der verfluchtesten Steine überhaupt. Und dann habe ich recherchiert und wenn man dann mal die ganzen falschen Storys, weißt du, die aufgebauschten Storys mal beiseite lässt, dann bleibt gar nicht so viel übrig. Und da hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass der Stein verflucht ist. Falls es überhaupt sowas gibt wie Flüche, dann glaube ich nicht, dass der Stein verflucht ist. Sondern ich finde, man kann aus dieser Geschichte und auch aus all den anderen Geschichten, also ich wette, wenn wir nächste Woche Magdas Geschichte hören und wenn wir nächste Woche dann auch diese Special-Folge hören mit den verfluchten Gegenständen, also Schmuckstücken, man kann aus all den Geschichten eigentlich immer dieselbe Moral ziehen. Und zwar, man darf sich nichts nehmen, das einem nicht gehört. Denn ich glaube nicht wirklich an Karma, muss ich sagen, aber bei manchen dieser Storys denke ich schon, naja, mit einigen Entscheidungen hat man sich beim Universum sicher keine Pluspunkte gesammelt. Und ich meine, jetzt guck mal beim Kojenur-Diamant, der wird so oft gestohlen und auch gewalttätig gestohlen durch Mord und Hutschlag. Ja, das ist sicher nicht die beste Entscheidung, die man treffen kann im Leben. Ich glaube, es ist viel einfacher, einem Stein, einen Stein für das persönliche Unglück verantwortlich zu machen, als die eigenen schlechten Entscheidungen. Also es ist viel einfacher zu sagen, ach, dieses Schmuckstück hat mein Leben verflucht und deshalb habe ich so viel Pech, als einzusehen, dass es vielleicht nicht so okay ist, in andere Länder einzufallen, Menschen dort umzubringen. Also zum Beispiel, als Nadja Shah dann in Delhi eingefallen ist und den Stein geklaut hat mit dem Faunthron, da sind so viele unschuldige Menschen gestorben. Das ist vielleicht nicht sonderlich in Ordnung, würde ich vermuten. Denke ich, mein persönliches Gefühl. Und dass die Briten in Indien einfallen und das Land einfach besetzen, obwohl es ihnen nicht gehört und einfach alle Schmuckstücke an sich nehmen, obwohl sie ihnen nicht gehören, ist auch nicht die beste Entscheidung. Und dann ist es doch viel leichter hinterher zu sagen, ja, dieses Schmuckstück hat mein ganzes Leben verflucht, als zu sagen, hey, ich habe wirklich einfach was Falsches getan und muss hinterher mit den schlechten Entscheidungen leben. Und vielleicht liegt genau in der Art, woher die Schmuckstücke kommen, auch der Ursprung ihrer Fluchgeschichten. Denn letztendlich, darf man ja auch nicht vergessen, beruht der Reichtum derjenigen, die sich diesen Schmuck leisten können, immer auch auf der Armut anderer, weißt du? Und in manchen Fällen werden sie ja auch ganz direkt von anderen sogar gestohlen. Also nicht nur, dass du deren Armut ausnutzt und weiter kultivierst, weil du immer reicher werden willst, sondern du nimmst ihnen auch etwas weg. Also jetzt zum Beispiel bei den Briten und den Indiern, weißt du? Dass sie ihn einfach weggenommen haben. Und das hat ein Autor namens Richard Curran, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also der hat auch ein Buch geschrieben über den Hope-Diamant. Über den wir eventuell irgendwann was hören werden. Ich weiß nicht so genau. Der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn die Starken Dinge nehmen von den weniger Starken, dann haben die weniger Starken nicht viel Möglichkeiten, außer die Starken zu verfluchen. Und ich finde, da hat er es so gut auf den Punkt gebracht, weil wenn du Leute ausbeutest, die haben ja wirklich keine Möglichkeit, sich zu wehren. Und die einzige Sache, die sie tun können, ist dann zu sagen, ah, das Ding ist verflucht. Also ihr Lieben, die Moral der Geschichte ist, behaltet eure Finger bei euch und überlegt gut, bevor ihr ein neues Schmuck schmuckst. Und nur noch mal, just in case, kurzer Ratschlag an die Briten. Ich habe gehört, dass man Flüche sehr gut lösen kann, wenn man Dinge einfach wieder an ihren Ursprungsort zurücklegt. Also ich meine, ich habe schon genügend Horrorfilme mit verfluchten Dingen in meinem Leben gesehen oder verfluchten Blätzen, dass ich weiß, die Hand von der Hexe muss immer beim Körper bleiben, okay? Wenn die Hand irgendwo an das liegt, bleibt der Fluch bestehen bis in alle Ewigkeiten. Und ich glaube, genauso ähnlich könnte es auch vielleicht, vielleicht auch nicht mit gestehenden Edelsteinen sein. Nur so ein Tipp. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass der Koinur verflucht ist, falls es sowas überhaupt gibt. Weil ich finde, in der Story ist es halt wirklich das, was man sehen will, weißt du? Du könntest es ja auch andersherum sehen. Zum Beispiel hat ja Queen, klar, Prinz Albert ist gestorben, also letztendlich war er der Leidtragende, wenn man so will. Aber Queen Victoria hat ihren geliebten Albert verloren und war ja danach nie wieder glücklich in ihrem Leben. Also rein theoretisch könnte man ja auch sagen, dass sie Unglück hatte. Oder auch zum Beispiel Queen Mum hat ja ihren Mann auch zu früh verloren. Also von daher, ja, weiß nicht. Ich denke, je nachdem, welches Narrativ du erzählen möchtest, würdest du immer dafür auch irgendwelche Beweise in Anführungszeichen finden. Ja, total. Aber wie gesagt, selbst wenn man den Fluch beiseite lässt, ob ihr daran glaubt oder nicht glaubt, oder ihn seht oder nicht seht, weil ich sehe ihn ja eigentlich auch nicht wirklich den Fluch, war es, finde ich, trotzdem eine interessante Geschichte, weil der Queen Nur Diamant einfach einer der größten und auch bekanntesten Diamanten in der ganzen Welt ist. Und deshalb fand ich das interessant, da mal ein bisschen zu gucken, was hat es mit dem eigentlich auf sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Woche, sowohl bei Magda als auch in der Special-Folge, ein bisschen gruseliger wird. Ja. Oh ja. Also, schaltet nächste Woche wieder ein. Bye-bye, Bespiel. Yes. Und wenn ihr natürlich jetzt noch nicht genug bekommen könnt von den Quinoa, Diamanten oder auch von allen anderen Geschichten, wir posten euch ja immer fleißig auch Bilder und anderen Content auf Instagram. Also da dürft ihr gerne auch vorbeischauen, wenn ihr euch ein bisschen visuell an diesem Fluch und an diesem Spuk ergötzen möchtet von den Diamanten. Also schaut da ruhig vorbei. Und was ihr natürlich immer wieder auch gerne machen könnt, ich meine, jetzt haben wir es schon angeteasert, dass nächste Woche Montag die nächste Folge rauskommt. Aber manchmal geben wir auch einfach zwischendurch Folgen raus, wenn sich es so ergibt und wir genügend verfluchte Diamanten auftreiben können, über die man was erzählen kann. Also ihr dürft auch immer wieder gerne den Podcast abonnieren auf der Streaming-Plattform, wo ihr den gerade hört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Stimmt, Magda hat recht, weil es könnte sein, dass diese Woche noch etwas anderes rauskommt. Na, dann würde ich sagen, spannend geht's weiter. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Also mein Cocktail ist angeblich leer. Aber ja, wir hoffen, die Folge hat euch sehr, sehr gefallen. Nächsten Montag geht's weiter mit anderen verfluchten Schmuckstücken. Und dann würde ich sagen, bis dahin mit vorzüglichen Grüßen. Adios. Sweet Chachos. Bis später, sieh dir. Und steht bitte nichts. Ja, steht nichts. Dann bis dann. Tschüss. Adi, meine Fee. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.